Für unsere Lesezwerge sind wir heute in die Kinderbibliothek, der Stadtbibliothek Magdeburg gegangen. Und ich habe hier die Frau Böntke. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie haben heute ein ganz besonderes Buch mitgebracht. Freunde heißt das. Es ist eigentlich eine Mischung aus einem Bilderbuch, aber es sind doch Wörter drin. Können Sie es mal kurz erklären, für wen es ist, ab wie vielen Jahren und worum es geht? Ja, also ich habe ein Bilderbuch mitgebracht von Mies van Hout und das Buch heißt Freunde. Es ist im Arakari Verlag 2012 erschienen und es geht um das Thema Freundschaft. Es ist ein Buch, was schon von der äußeren Gestaltung sofort ins Auge fällt. Die schillernden Monster, die zu sehen sind, kommen lustig und tollpatschig daher. Die Bilder sind auf schwarzem Untergrund gezeichnet. Daher fällt das Buch eben sofort ins Auge. Und das Buch ist für Kinder in etwa ab drei Jahren. Auf jeder Seite des Buches steht ein Wort und es geht darum, wie Freunde miteinander umgehen. Dieses Buch regt zum Erzählen von Geschichten an. Die Kinder, wenn man den Kindern ein Wort vorgibt, dann sprudeln die Geschichten nur so aus ihnen heraus. Und da das Buch auch vom Format her sehr groß ist, eignet es sich hervorragend zum Zeigen in Kindergartengruppen. Und es ist vielseitig einsetzbar in der Familie, Kindergarten und auch zu therapeutischen Zwecken. Das Buch ist ja sehr schön, sehr interessant. Haben Sie vielleicht noch zwei Empfehlungen für ähnliche Bücher, vielleicht vom selben Autor noch ein Buch? Ja, von dem gleichen Autoren könnte ich empfehlen, ein Bilderbuch zum Thema Gefühle. Das heißt, heute bin ich. Und ein anderes Bilderbuch noch zum Thema Freundschaft wäre dumme, ganz blöde Kuh. Gut, dann danke ich Ihnen. Und liebe Zuschauer, wir sind demnächst auch wieder in der Stadtbibliothek und schauen uns dann um, was es aktuelles an Büchern gibt. Freuen Sie sich schon jetzt auf die nächste Ausgabe. Vielen Dank.